Joach, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mit der StasiTV, wahrscheinlich kennen ihn schon die meisten von euch, falls nicht. Ich verlinke ihn euch mal in der Beschreibung. Auf jeden Fall habe ich heute ein bisschen mit ihm diesen Aus-dem-Tresor-Modus gespielt, wo es halt die ganzen alten Waffen wieder gibt. Und dann hier noch der neue Shop. Es gibt einen neuen Emote. Ja, den hole ich mir auf jeden Fall. Ja, finde ich auf jeden Fall mega nice. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und los geht's mit dem Video. Okay, komm, lass es los jetzt. Jo, kein Problem. Ja, ja, der ist richtig geil. Ey, ey, ich bin tot. Ich habe keine Waffe. Stille, du lebst noch. Geh runter, geh runter. Den. Den anderen. Oh. Brauchst du Waffen? Ja. Hm, komm, nee. Ich nicht. Okay. So. Boah, diese taktische Maschinenpistole. So geil. Jo. Oh, ich muss doch Pizza bestellen an meiner Räumen. Oder diese Nudeln. Weh, du schneidest in ein Video rein. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hör mal ne. Buh! Hey, bleib mal, warte. Was willst du, Wasser? It was at this moment he knew. He fucked up. Was willst du mich töten? Der macht extra. Ja komm schnell. Vorne bei... in der Mitte. So... Wo ist es viele Gegner, Riggi? Kommst du? Ich seh, ich seh nix mehr, weil du alles voll gebraucht hast. Das ist nicht von mir. Hier ist einer. Hab ihn. Hier ist irgendwo ein W***er, der hat auf mich geschossen. Guck, der macht mich voller Rauch, der W***er. Der lustige Junge. Wo ist der? Keine Ahnung. Ich seh auch nicht jemand. Oh, oh, oh. Am anderen Haus. Er kommt, er kommt, er pusht. Jawohl. Kill den. Er ist bei mir. Ich seh nicht. Komm rein. Er will mich töten. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Hilf mir. Er sieht nicht, er sieht nicht, er sieht nicht. Er versucht mich zu finden, um mich zu töten. Komm einfach zu mir, wo mein Name steht, bevor ich tot bin. Habt ihr doch geholt. Ja? Ja, still mal, ich hab beide. Ich sterbe gleich, wo bin ich? Hilf mir. Ah! Danke. Äh, Blaustumengewehr hier für dich. Oh, ich hab nix. Hier oben. Ich hab schon ne Blaustumgewehr. Okay. Ja, lass mal so Richtung Dosti. Ey, hier sind, äh, hier sind Gegner. Wo? Wo? Meiner, äh, lass ihn mal kurz. Oder so. Bin angeschossen. Ja, chill, ich hol ihn. Jawoll, Ehre. Ey, 200er. So, warte, kurz den Schild trinken. Hier sind mehr. Das sind noch mehr Leute, warte, ich hol dich erst kurz. Okay, warte kurz, ich geh zu den Gegnern vorne. Hey, wieso hat der das gebaut? Ist doch irgendwo ne Höhle gewesen. Ja, hier. Hier. Ne, nada. Ja komm, lass weiter nach Salty. Ey, mir gucken zwei Leute zu. Das schaut mir keiner zu. Ich bin traurig. Da, der ist voll angeschossen. Ich hab ihn in der Luft geholt. Lass mir den Kill genommen. Ich hab ihn in der Luft geholt. Hey! Hilf mir! Ja, ich helf dir doch. Hau mich zu! Falsche Seite! Boah! Ah, er pusht. Ja, chill. Ich kann nichts machen. Scheiß drauf. Rette dich selbst. Scheiß drauf. Rette dich selbst. Scheiß auf mich. Da. Ich hab beide. Hilfe! Chill mal. Bis mir doch erst. Ja, chill. Ich glaub die anderen kommen. Was? Meine. Oh, neben mir, neben mir! Jawoll, Ehre! Ey, was? Bruder, die kleben an uns, als ob wir Kaugummi sind. Das kann ich nicht sagen. Ehre. Ja, nimm was du willst. Gegner! Sind hier! Ja, ach was. Der ist One-Shot bei dir. Ich hab einen. Ich hab ihn. Ja! Ja! Das ist der Schotter. Tschö. Ja, die sind im Haus hier drin. Ja, die sind ganz unten. Hey, hey! Bei mir! Warte, meine. Warte, meine. Warte, meine. Ich brauch den Klo. Ja, jetzt muss ich fast jeden Kills mit 20 Kills. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Wo ist er? Die sind da irgendwo. Man weiß nicht genau wo. Ich hab einen. Ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen. Jetzt kann ich den König bekommen. Mann. Schaff, schaff. Elf, schaff, pass auf. Ey, das ist bei mir, Toch. ich helfe dir wo bist du ja komm ich schnell reviven ja komm schnell komm schnell nein nicht zu bau du musst einfach machen sonst bin ich tot